Hey Leute, diesen Montag im Stream habe ich PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt und dank Bluehole darf ich nun Custom Matches aufmachen. Das heißt, wir können miteinander zocken, ihr und ich. Und es war überdimensional lustig, deswegen musste ich dieses Video einfach schneiden. Die Qualität ist deswegen nicht so wie sonst. Und für alles weitere, seid gerne jeden Montag um 18 Uhr im Stream dabei. Links in der Beschreibung. Viel Spaß. So Leute, kommen alle her hier. Alle auf den Flieger. Los, vorne an die Spitze. Aber ihr seid hinten kicken auf den Flieger. Hier, genau vor mir ist einer gelandet. Schlacki tot. Der ist erst hier bei diesen komischen... Ey, Autos ist OP, oder? Der kann man einfach alle überfahren. Das ist so schlau, Alter. Ich habe eine Machete. Ich habe einen Sicher. Ich habe einen Helm. Ich habe gar nichts. Leute, hier ist einer drin. Bei mir, bei mir. Ich komme, ich komme, ich habe den Crossball. Jo, Junge, Junge, machen ruhig, ja? Wir kooperieren. Du kannst dich uns anschließen. Schließ dich uns an, ja? Oh, lol! Schließ dich uns an. Alter, Chris, hör auf, Chris. Chris, hör auf! Ah, schnitzt ihn! Alter, ich bin dafür nicht verantwortlich. Oh, ja! Alter. Oh, ich habe eine Dreierweste. Ihr müsst unbedingt... Oh, hier unten ist einer! Bei mir! Ja, ich schnack ihn mit der Pfanne tot. Max, Max, Max. Ja, ja. Max, lass es team. Lass es team. Okay, wir teamen. Lass es team. Nein, wir teamen nicht. Wir machen den Weg. Hast du einen Arm aus? Jetzt hält doch mal die Fresse und unterhalte mich gerade mit dem. Ja, okay, ich loote hier noch weiter. Bleib in der Nähe. Sag mal, sag mal, der soll stehen bleiben. Let's go. Ja, wir nehmen dich auf, okay? Wir nehmen dich auf. Wir sind da zu simp. Okay, let's go. Alter, Kutscher, schon mit dem Auto. Da ist er! Der Wichser! Woher hoch? Komm her, Junge! Hey, Kutscher, hör auf. Kutscher, mach weiter. Es hat nichts. Nein, nein, nein. Du willst doch deine Armbrust, Sacki. Okay, Kutscher, hört auf. Kutscher, hört auf. Ich höre gar nicht auf, Junge. Ja, ja, töte ihn, töte ihn. Kutscher, hör auf. Sag mal auf, wenn du am Tappen bist. Jungs, Jungs, Jungs. Schau mal stehen bleiben, er schießt nicht, er schießt nicht. Chill, 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 chill. Hey, 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 hey. Oh nein, dann nehmen wir ihn. Wartet, wartet, wartet. Nein, hey. Hey, ich war Schweizer. Ich war Schweizer. Du Mist geworden. Ich hab Schotti. Ich hab Schotti. Hey, ich hab da keine Schotti, geh. Spaß. Wow. Er liegt so am Boden, ist schon knocked out. Ey, Jungs, ich bin Schweizer, ich bin Schweizer. Neutrath. Der arme Junge, ey. Direkt die Abo bei der Hand auf Platz. Kutscher, bleib mal kurz stehen. Kutscher, bleib mal kurz stehen. Kutscher, bleib mal kurz stehen. Kutscher, bleib mal dran. Alter, red's doch mal, Nesti. Jo, sagt der Typ, der hinüberfährt. Alter, hol mich mal hoch, bitte. Ja, ich hol dich hoch. Prost, Kevin. Alter, du Hurensohn. Alter, ich werde dein gesamtes Haus anbrennen, du Ficker. Alter, wenn du das nochmal machst, dann haue ich deine gesamte Familie kaputt. Okay, wegsnipe die Ficker. Da, Bucky. Der kommt auf mich. Nein. Scheiße. Übernehmen hoch. Geben wir hoch. Ich fahr den hoch. Warte, ich dreh den runter, dann komm ich den in den Rücken. Warte, warte, warte. Ah, der schießt. Kutscher ist getroffen. Kutscher ist down. Der will bitte. Leute, ihr müsst herkommen. Ich krieg den da nicht weg. Hier ist er, hier ist er. An dem Pfahl, an dem Pfahl. Warte, ich geh nah an den Rand. Okay, du bist der einzige Brudy hier, ey. Oh ja, so schnell. Mach dich los. Ja. Ich hab ihn einmal gehittert. Ja. Drecking Antimage. Wuuu. Du hast ihn in dem Flug getroffen. Oh, die haben ne Barrikade. Was? Barrikade, Barrikade, Barrikade. Okay, hier ist er. Los. Wir müssen da rüber, Junge. Wir müssen da durch. Okay, alle in die Fahrzeuge wieder. Oh, du Vollidiot. Du hast ihn in die Fahrzeuge in die Fahrzeuge. Okay, wir gehen auf den linken Wagen. Pfahl, drück auf Schiff. Mach ich's doch. Oh Gott. Oh, what the fuck? Alter, was ist da los hier? Oh nein. Fahr, 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 fahr. Nein, nein, fahr, 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 fahr. Ich bin ausgesiegen, Leute. Ich bin ausgesiegen. Ich bin ausgesiegen. Was denn jetzt? Ich bin ausgesiegen. Warum schneiden die aus? Warum schneiden die aus? Warum schneiden die aus? Ich bin allein in einer Karre von denen. Warum? Warte. Fahrt. Warum? Fahrt. Ich hab keine Ahnung was passiert. Die unterhalten sich, warte. Ich, ich, ich muss pion. Ich sehe gar nix. Scheiße. Ramm hat nicht geklappt. Gefahr, Junge, fahr. Ja. Okay, ich geb Gas, ich geb Gas. Okay, warte, lass hier warten, wir warten hier. Alle, ihr müsst mir helfen, ich hab so wenig Leben. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ich brauch, ich brauch, ich brauch Arrows. Warte. Ich hab nur noch zwei Stück. Ich hab auch noch zwei Stück. Fickt euch. Fickt euch, holt mich doch, los. Okay, Leute, ich lock sie zu euch. Ich lock sie zu euch. Ja, ja, wir stehen hier, wir stehen hier warten. Ich hab zehn von uns entnehmen. Aber die werden uns überfahren, Alter. Die haben mich gelappt. Seid ihr ready? Spann an, Leute. Auf die Plätze. Und Schuss. Fertig. Und Schuss. Oh. Oh, Schuss. Jo, die wollen durch. Nachwarnen. Was machen die? Die fahren wieder in die Zone. Alter, wie die Haie. Die fahren hier um uns. Nein, die kommen nochmal. Das sind Lappen. Das sind Lappen. Und Schuss. Oh, ich bin wieder dabei. Ich rambe jetzt auch, Alter. Nein, 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 wir sammeln uns. Leute, nachladen. Nachladen. Und Schuss. Einer von denen ist geflippt, ne? Dahinten müssen noch ein paar zu Fuß kommen. Was machen wir? Ja, dahinten kommen noch von den Mates zu Fuß. Da sind sie gerade. 165 tötet sie. Aber passt aufs Auto auf. Oh, Loll. Oh, Loll. Was passiert hier? Was passiert hier? Was ist hier los? Da oben fliegen sie. Sie fliegen. Scheiße. Da fliegen da hinten immer noch die Dämonen. Hier, da ist einer. 165. 165 Leute. Schieß dich ab. Noch ein Automotorrad. Da ist ein Buggy. Oh, Buggy. Oh, Buggy. Oh, das war close. Scheiße. Auf den Buggy, auf den Buggy. Ja, aber ich brauch erstmal Muni. Ich loot die Leichen. Das Moppet kommt wieder. Scheiße. Ja, ich schlack zurück. Ich schlack zurück. Geh rein. Ich schlack zurück. Schreibe nicht so. Schreibe nicht so. Oh, Alter. Jetzt schmeißt die ja raus. Oh, Loll. Vor mir ist direkt einer. Ey, Junge. Verpisch dich. Hier sind wir. Er landet genau neben mir. Ja, ich auch. Ich kann die Geier langsam zu uns fliegen, ey. Ja. Ja. Guck mal in den Himmel, ey. Ich hab ne Pistole. Wo sind sie hin? Oh, ich wurde verprügelt. Ich krieg keinen Sprung. Ich hab richtig gelenkt. Hilfe, Max. Hilfe. Ja, komm mal. Sammelt euch mal. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich hol jetzt kurz SIGFAR hoch. Oh, Leute. Kommt einer rein. Freigetötet. Ich hab einen. Kommt zu mir, Mann. Wir müssen... Komm, ich komm, ich komm. Ich hol dich hoch. Alles cool, Junge. Nächster! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Kutcher, ich bin bei dir. Kutcher, 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 Kutcher. Wo bist du denn? Ich komm, ich komm, ich komm. Geh du vor. Dicol, Dicol. Ach, der ist den Twister. Nein, da ist einer. Der Slit, der Slit, der Slit, der Slit. Okay, ich geh vorne rein. Warte. Ab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Lass mich killen, lass mich killen, mein Kill. Wieso denn dein Kill, du Wichser? Ja, gut, danke. Ah, Schiss auf uns! Aber das... Es sind zwei, es sind zwei. Es sind im Haus drin hier. Feuer ist. Der ist richtig los. Der Monik, die Monik. Der Monik, die Monik. Ich hab die wieder aufgenommen, weil die ich angeschossen wurde. Oh nein! Hier liegt noch... Ne, hier liegt keine Monik drin, sorry. Es ist drin, es ist drin, es ist drin, es ist drin, es ist drin. Ja, ich hab dir alles gegeben, was ich hab, gell. Deswegen, du musst... Jim alles und dann... Dein Brat warst du noch 45. Ja, ich hab aber gerade auf dir und geschossen, Junge. Ey, was machst du da jetzt? Auto! Ich hab ja noch... Ein Magazin hab ich dann noch. Auto! Alter! Oh mein Gott, nein! Nicht schon wieder! Was geht hier? Okay, ähm... Ich hab einen Schalldämpfer auf meinem Revolver drauf, Jungs. Oh, hier ist einer vor! Warte, ich renne raus. Okay, er rennt weiter, er rennt weiter. Zugriff! Okay, hier in die Tunnel. Ja, ja, ja. Immer... immer Head of Blood beschützen, Leute. Kein Head of Blood. Kein Spandau. Kein Spandau. Kein Head of Blood. Besseres Deutschland. Kein Spandau. Ihr seid unser Scout. Okay. Da vorne! Da vorne! Hier holen wir uns wieder. Wir können schießen das Ding runter. Ja, ja. Drive by. Fahr, 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 fahr weg! Mach dich kaputt, Junge! Junge, ich schieß doch... Du kannst unmöglich treffen. Fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Der schießt, trifft uns doch auch! Ja, weil der anhält! Hier, hier, auf einem Stein, beim Stein, beim Stein! Ich bin led, ich bin led, ich bin led, ich muss... Auf einem Stein, beim Stein! Ich hab noch mal gebraucht, von der rechten Seite... Ah, das ist ja der Suicide-Sport mit Kutsch. Holy Shit, Alter, da kann man anders mitfahren. Weißt du, wie du da gerade nicht schießt? Das sind überall Leute! Ja, das sind überall Leute. Halb Stein! Ich bin doch nicht der T-Toy! Oh, sie versuchen mich zu töten! Wollen wir zurück ins Haus? Leben alle? Oh, ich wurde... Nein! Rückzug zum Haus oder was? Ja. Fahr das Moped da rein, Junge! Oh, ne gute Idee! Weck mal! Weck mal, wie das aussieht! Hä? Kannst doch nicht draußen stehen lassen, was wills anfängt zu regnen! An die Barrikade! Jo, wie das Moped hier einfach im Wohnzimmer stehen! Jo, wenn die rankommen, ballern wir die um, ey! Alter, überall... Du müsst ja rumschüsse, ey! Scheiße! Oh, da ist einer push runter! Einer push runter! 100... 15 Grad! 15 Grad! 15 Grad! Oh, der wird grad 15... Ahja! Du siehst ihn, oder? Oh, ich hab ihn einmal! Boah, Alter! Nice! Okay, lass den unten irgendwie halten! Einfach um der... um der scheiß Türketten oder so! Oh, Leute! Alle runter, alle runter, alle runter! Runter, runter, runter! Da macht die Tür zu, Junge! Okay, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch! Ja, hoch, Mann! Die gehen auch bei den Ballen! Bei den Ballen dort! Der ist oben, oben! Die kommen hoch! Was? Der fristl! 2, 3, 3, 3, 3! Junge! Ich hab einen! Ich muss nachladen! Noch zwei! Ich hab... Fuck! Du Scheiße! Ich hab sie beide, ich hab sie beide! Hat noch wer hier? Hier, braucht wer Verbände, kommt ins Klo! Ich stecke! Ich brauch Verbände, Junge! Ich bin super low! Ich leg hier einen hin! Einen? Wow! Ja, ich hab nicht mehr! Ja, ich hab nicht mehr! Hier ist wieder einer! Oh, ich hab wie drei Hins! Der ist ultra low! Junge, Alter! Verpiss dich! Wir wollen hier oben allein sein! Aber ich brauch auch Verbände! Ja, ich brauch auch Verbände! Habt ihr welche? Er kommt hoch! Er kommt hoch! Er kommt hoch! Ja, ich hab übel viel! Warte, ich leg dir was! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Ich komm nicht hoch! Hey, Alter! Warte, warte! Ich komm alleine hoch! Kommt nicht hoch! Das ist so low! Das ist so low! Ja, wir bleiben hier hoch! Dann ist noch einer gekommen! Dann lass den mal Verbänden schenken, Jungs, oder? Wir sitzen da zu zweit hinterm Trecker auch noch! Die sind überall wie die Heuschrecken, Junge! Warte, wir verteidigen euch, Max! Keine Angst! Wir haben die Pose hier unten! Ja, aber... Wollen wir auf die trusten? Ich brauch Verbände, Leute! Ich brauch Verbände! Nein, die trusten wir ganz sicher nicht, Alter! Wollen wir uns echt leben lassen? Nein! Ich kann's niemandem trauen, den Bescheid spielen! Nein, ich meine, ob wir die hochlassen und die mit uns zusammenfighten! Das wär cool! Nee, das wär Selbstmord! Die machen uns! Hier, sie kommen! Warte, stopp, 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 stopp! Alles cool, alles cool! Nicht schießen! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Achso, wir werden auch dazu! Okay! Ey, wir werden das bereuen, Leute! Wir werden das richtig bereuen! Ich glaub auch! Leute, wir bleiben alle ruhig, ja? Leute, wenn ihr uns vertrauen wollt, dann schau uns erstmal ein bisschen... Wir bleiben alle ruhig! Alter, das können wir nicht machen! Die werden uns einfach kriegen! Kutscha, halt dein Maul oder ich töte dich! Alter, okay! Unten liegt noch ein Verband, wenn einer braucht! Weil ich brauch einen! Alter, können wir die bitte töten? Die machen uns doch gleich weg, Alter! Halt doch mal dein Maul! Wir sind hier aufgeschmissen! Juh, das ist hier übrigens ein Hinterhalt! Junge, der ganze Stream wandert auf uns zu! Sie sind die Chance, sie abzuwehren! Da muss doch was liegen! Nee, das sind einfach die, die uns gleich den Dolchstoß geben von hinten! Alter, ich schieße dich! Ich kann das... Ich halte das nicht aus! Ich hab richtig Schweizer zu stören! Nee! Das ist wie inzidenz! Wir bleiben alle ruhig! Wir sind Spandauer, wir halten zusammen! Warum muss ich ohne Helgen ganz vorne liegen? Ich traue dir nicht! Ich gehe auch so nett auf die Schmerzen und schließe dich daheim! Alter, Kutscha ist der größte Schisser! Kutscha hat Angst! Kutscha ist ab jetzt nur noch im Badezimmer! Irgendwer wird abdrücken! Juh, aber ich weiß nicht, wer wenig abschießen muss nachher, wenn die... Alter, ich könnte dir doch nicht vertrauen, Mann! Ah! Alter, Kutscha, ey! Alter, ich töte jetzt! Alter, Kutscha! Oh, du, da brauchst Moni! Mal gucken, ob die anderen da warst! Nee, alles gut! Okay, okay! Wir werden uns gleich in den Rücken schießen, wenn wir in die Zone rein wollen! Ja! Bestimmt! Wie viele Leute sind das uns eigentlich? Wie viele sind wir? Wo ist denn das Moppelt? Okay! Haha! Wie viele aus dem Auto rollen! Ich bin auch frisch, wenn wir... Wir können uns alle mit... Ja, ja, ja! Weg da! Weg da! Weg da! Fahrverfahren! Ich vertraue dir Praten auch nicht, Alter! Hä?! Alter, Mann! Alter, Mann! Leute! Hauste rein! Ich werde dich noch abschauen! Mann, ganz ehrlich, ey, der ist einfach nur total naiv! Ich weiß nicht! Max, hör uns im Auto! Hallo! Ich war jetzt mit Kutschern in die Mitte, der Käpt! Jo! Ich... Ich... Wir rächen den Käpt'n! Ich hab's ja gesagt! Nein, lass die Runde holen! Ich hab's doch gesagt! Ich krabbel zu euch! Ich kann ihn umnehmen! Ich hab's dir doch gesagt! Bist... Hallo! Hallo! Ich muss auf meinen Jungs! Wir können ihn nicht aufheben! Wir können ihn nicht aufheben! Sagt er! Beschützt den Kapitän, Jungs! Bill deines Schutzmaframes! Hart Ich bleib einfach ruhig, ich bleib einfach ruhig. Kutscha und Romatra holen mich jetzt hoch. Ich hol ihn hoch, ich hol ihn hoch. Und die sollen mal alle schulden zurück in hier. Aber Kutscha, warum musstest du ihn durchbrennen? Ich hab schon gesehen. Nee, du hast doch gesehen, was passiert, wenn man den Trusted. Ja, ja. Die liegst auf dem Boden und ist tot, Junge. Sie sind irgendwelche Reddams und ihr, und ihr lasst mich im Stich und hauen ab, Alter. Alter, mach das noch nicht mehr, Leute. Alter, was soll das denn? Alter, ich wollte nur auf Romatra schießen. Aber das war's, Alter. Hey, Romatra ist an Steuern gegangen. Die haben mich gekehlt. Warum? Das war's, Käpt. Lass mal pushen. Lass mal reingehen. Alles klar. Rein, rein in die Elo! Geh! Okay, die gehen jetzt hin. Oh, rein, rein in die Elo! Oh, shit. Swat on! Swat! Clear, bud! Clear! Sektor, clear! I can't, dude! Sektor. Fürst sonst das. Untertitelung des ZDF, 2020